Jo, ein fröhliches Grüezi alle miteinander. Ja, so kann ich mich auch mal bei euch begrüßen. Wir sind natürlich hier bei Halo Anniversary, dem Let's Play auf Marcus & More LP. Und wir spielen der Kampagne weiter. Klar, das ist Folge 7. Hier hat das jetzt so... Ach, ist doch... Wieso konnte er das jetzt wieder sofort laden? Bei dem anderen... Muss man HBB-Caching machen, ey. Krass. Naja. Man muss es nicht verstehen. Ernsthaft nicht. Gibt nicht immer Sinn. So, was steht heute an? Das weiß ich noch nicht so genau. Was alles kommt, natürlich weiterhin noch Kies befreien. Aber was wir in dieser Gegend... Äh... Ach, das war die Szene, wo ich die ganze Zeit es nicht hingekriegt hab. Na, das sah doch gut aus. Da, 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 da. Warum ist denn schon wieder mein, äh... Schild weg? So. Jetzt natürlich die Frage, wo, äh... Geht's zu Kies? Also immer so ein bisschen das Problem. Da ist dann das Schiff, mit dem wir später abhauen werden. Aber das... Hä? Äh, hä? Wieso kommen die aus einer Gegend, äh, wo ich schon längst war? Sehr schön. Die Gegend war doch schon längst befreit. Hm. Eigentlich müsste da leer sein. Gut. Alright. So. Die Orientierung fehlt hier natürlich ein bisschen schwer. Das sieht doch gut aus. Als könnten wir hier weiter... Guck mal. Guck mal. So. Immer wieder in Deckung gehen. Das ist ja das Haydo-Spiel-Prinzip. Und dann Nahkampf. Äh... Guck mal. Das sind wieder die Mickey-Maus-Aliens, wie sie so schön genannt wurden. Hast du auf, hier irgendwelche Granaten zu schmeißen, wenn ich hier bin? Ich glaube, es hakt. Oh, es ging mehr auf mich los, denn auf meine Gegner. Und irgendwo ist ein Elite, höre ich gerade. Hm. Nichts... Ah, da. Ganz super Elite. Got away. Guck mal. Rennst du denn, Freunden? I don't wanna die. Wahrscheinlich hatte er keine Freunde, deswegen sind keine anderen mit ihm draufgegangen. Ne. Hast du gerade einen Placement-Bug? Guck mal hier. Da ist eine Tür und ein Checkpoint. Das ist eigentlich meistens nie verkehrt. Sind wir jetzt nochmal eine Etage nach oben gekommen? Ja. Äh. Hast du jetzt gar nichts in die Luft geflogen, oder? Bleibst du hier? Da wäre jetzt die, äh, Battle-Rifle ganz cool. Ah! Wir hätten noch eine Granate fallen lassen vom Tod. Ähm. Ganz viele, ganz... Get in of me! Get in of me! Ich fände mal cool, wenn durch irgendeinen Bug, äh, KI-Fehler, die sich gegenseitig die, äh, ähm, wie keine Munition mehr, die sich gegenseitig so, äh, die Waffen entgegenschießen würden. Uh. Ja, da ging mir echt die Munition aus. Von so einem kleinen von dem Grunt wurde ich umgebracht. Das ist peinlich. Enemy! Hm. Okay. Ich hab schon wieder faktisch kein Schild. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Okay. Vom Niedler krieg ich auf jeden Fall mal genug Munition. Ich find das ärgerlich, dass da nicht immer so Leute einen hinter einen teleportieren. So, und hier um die Ecke sind jetzt ganz, ganz viele Gegner. Den werf ich schnell in eine Granate hin. Guck mal hier. So, da explodiert er dann auch immer ganz schön viel. Ups. Ich wollte eigentlich ganz, äh, geschickt hier einmal außen rumlaufen. Das hat dann nicht so gut funktioniert. I see him. Und ich würd gern den Elite taggen. Das klappt alles nicht. Wow. Das ist manchmal so ein Verbesserer überlebt als die ganze Zeit. Sag mal, wo sind denn eigentlich schon wieder meine ganzen, äh, Mithelfer hin? Wo bleiben die denn eigentlich schon mal wieder? Kommt ihr irgendwann auch mal wieder vorbei? Hä? Oder denkt ihr euch, ach, da unten ist auch schön? Kommt zu. So, mich nerven halt die Gegner, die dann hinter einem erscheinen. Die sind halt echt ein bisschen nervig. Mal gucken, ab welchen Punkt die dann hinter einem erscheinen. Ah, ab jetzt. Gut. Das sind wahrscheinlich die Gegner, äh, die dann meine ganzen Einheiten umgebracht haben, ne? Nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, ich hab jetzt echt keine Munition mehr hierfür. Das ist echt schon ein bisschen peinlich. Was sagen hier? Dann geht doch auch in die Luft. Wofür fände ich denn denn die... Ah, Granate. Kleiner Pisser mit Granate. Guck mal, Granate hab ich auch für euch. Ne, ich kann damit umgehen im Gegensatz zu ihr. Äh, zu ihr, ja. Zu euch. Euch. Ist das Personalpronomen, was wir hier gesucht haben. Ja, ich... Deutsch war ich immer gut. Hab ich gemacht. Après-Tour. Ja, war ich sehr gut. Ich mag den Hitler einfach. Ist eine meiner Lieblings-Alien-Waffen, muss ich ehrlich sein. Er kann halt nur auch, wenn man ihn falsch anwendet, böse nach hinten losgehen. Na, Spaß. Ja, geht doch mal wieder so gut weiter wie in die ganze Zeit. So, geht es jetzt endlich mal auf den Elite? Ne, natürlich immer noch nicht. Eben hat's irgendwie besser geklappt. Da muss das Spiel echt, äh, beim nächsten Halo-Teil ein bisschen was dran ändern. Also entweder, äh, äh, diesen, äh, Health-Teil komplett wegmachen. Oder, äh, äh, mehr, äh, Health-Kids verteilen. Ja? Ich hab ja nichts gegen, ähm, wirklich klassisches Lebenssystem. Half-Life macht ja auch trotz oder genau deswegen ja Spaß. Aber dann muss es halt auch funktionieren. So, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit hier, äh, immer ein bisschen komisch, äh, klinge. Und dann ist es daran, dass ich, äh, immer noch mehr oder weniger krank bin. Ich kuriere mich ja nicht aus, das kennt ihr ja inzwischen. Warum sollte ich halt auch, ne? Get down, ja. Stirb auch. Hä? Warum? Wo? Von wo? Ich guck jetzt mal, ob hier unten irgendwie noch Lebensenergie oder so irgendwo rumgammelt. Ist ja ganz schlimm. Und vor allem, warum mir dann halt irgendwann Gegner folgen können. Hier sind ja eigentlich nirgendwo welche. Ha. Sehr, sehr komisch. Das Problem ist, wenn ich den Schwierigkeitsgrad reduziere, um euch das Ganze angenehmer zu machen, krieg ich keine Achievements mehr. Das ist blöderweise in der Halo-Reihe so. Und dieses Spiel hab ich noch nicht kein einziges Mal durchgespielt. Und folgt... Ah, endlich. Folglich will ich Achievements. Geht doch. Ähm. Ist halt leider so. So. Gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser funktioniert. So, als müssten die von da hinten kommen. Eigentlich. Oder bin ich noch nicht weit genug gelaufen gewesen. Hm. Wir wissen, nach welchem Befinden dann auf einmal der Gegner kommen. Oder gibt es hier irgendeine Kommunikationsstation? Zum Beispiel das Ding hier. Weswegen die da neu rufen. Na, das ist einfach nur getriggert und dann werden die einfach reingespawnet. Das ist echt ein bisschen peinlich. Das ist echt, äh, Game Design von vorgestern. Das ist nicht gut. Gut. Hier sieht's, äh, okay aus. Dann kam dann irgendwann noch ein Elite. Der meinte, lustig sein zu wollen. Ne, mit ein bisschen Übung kommt man hier eigentlich irgendwann ganz gut durch. Hm. Jetzt ist die Frage, wo... Von wem werde ich jetzt gleich umgebracht? Hier ein Checkpoint wäre auch ganz cool. Eigentlich sind die Checkpoints in dem Spiel sehr, sehr fair verteilt. Aus welchem Grund ich hier jetzt gerade nichts hinkriege, ist mir echt ein Rätsel. So. So, der Mietleer, der sucht sich natürlich, wenn man einmal getaggt hat, natürlich weiter den Gegner, den man getaggt hatte. So, einer müsste jetzt noch da sein. Ein Gegner, ja, genau. Der Kleine hier. So. Jetzt sollte ich eigentlich ungehindert weiterkommen. Eigentlich. Die Kurve müsste dann eigentlich ein Checkpoint sein. Genau. Loading done, Checkpoint dann. Es ist ja sehr, sehr berechenbar aufgebaut. Das muss man ja sagen, das Spiel. Man hat ja irgendwann raus, nach welchem Muster die Levels aufgebaut sind. Ähm... Okay. Taggen wir den erstmal. Ja. Ich gehe mal wieder raus. Weiß nicht, bin ich schneller tot, als ich gucken kann. Die sprengen sich hier gerade mal selbst in die Luft. Okay. Messer. Scheiße. Wo war der Messer, Forze? Äh... Forze, nicht Forze. Da oben. Da oben. So, ich kann sie ja immer noch nicht aufnehmen. Dämlicherweise. Me hurt. Ja. Ich fühle mich auch echt total angegriffen. Ähm... Wie, keine Munition mehr. Warum? Wieso habe ich keine Munition mehr? Was soll das denn? Oh, scheiße. Okay. Nicht das Optimum, aber okay. Folgen tun die mir ja nicht so ohne weiteres. Das ist ein Plasma-Crenade gewesen. Was der einzige Vorteil an dem Spiel, dass die einem nicht sonderlich gerne folgen, die Gegner. Und man sie somit relativ leicht dann ausmanövrieren kann. Hm. Ja, Schild, stell dich mal wieder her. Das war echt ein lahmes Auto-Heal damals. Erstaunlich, dass bei einem, äh, wirklich so verhältnismäßig schlecht umgesetzten Auto-Heal sich wirklich Auto-Heal durchgesetzt hat. Das, äh, verwundert mich echt. Dass da, äh, Kot sich dann gesagt hat, komm, das probier mal für Kot 2 auch. Weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr schlecht umgesetztes Auto-Heal. Ähm, heißt das, da kommen jetzt Gegner raus oder da muss ich rein? Not again? Wie häufig passiert es dem Kleinen denn? Also im Regelfall sollte das einer Person nur einmal passieren. Checkpoint dann. So, ähm. Da lang dann wohl, ne? Übrigens, prägt euch diese Gänge ein. Die werdet ihr nochmal sehen. Ja. Das ist jetzt keine Boshaftigkeit von mir, sondern blöderweise einfach ein Fakt. Äh, wie? Auch schon wieder Al. Was soll das denn? Guck mal. Guck mal. Wow. Ja. Ich sag langsam mal, wow, wenn ich nicht endlich mal wieder Lebensenergie finde. Weil so ist das doch ein bisschen deprimierend. Ich geh jetzt schneller. Hä? Wie hat der das denn überlebt? So, das Command Center. Also irgendwo hier müsste jetzt eigentlich gleich Captain Keys sein. Eigentlich. Ja, für mein, äh, Sturmgewehr habe ich immer noch, äh, keine Munition. Das ist prinzipiell scheiße. Da geht's nicht weiter. Ist ja auch nirgendwo Lebensenergie rumliegt. Da vorne kommen dann Gegner, aber hier muss ich erstmal lang, wahrscheinlich. Nee. Okay. Okay. Okay, ähm. Da ist nichts drin. Auch keine Munition oder sonst irgendwas. Ah, cool. Kamouflage. Sehr schön. Wenigstens etwas. Was mal funktioniert. Ah, Gott sei Dank. Lebensenergie. Äh. Munition. Endlich. So. Das hat sich doch gelohnt, der kleine Ausflug. Oh, habt ihr eine Ahnung, wer hier, äh, ist? Ich mag Kamouflage einfach. They got the Elite, ja. Nicht den Elite, den ich eigentlich wollte, aber irgendeinen ist immer okay. So. Jetzt hat sich meine Lebensenergie und mein Schild natürlich komplett aufgebraucht. Da ist doch immer einer. Was sagen wir. Okay. Hier war eigentlich so gut bewacht, hier muss irgendwas drin sein, was cool ist. Ja, öffnet euch. Ja, das sieht doch gut aus. Erstmal anscheißen. Marien, lock and load your weapons. Let's be ready to move. Yes, sir. While the Covenant had us locked up in here, I overheard the guards talking about this ring world. They call it Halo. One moment, sir. Accessing the Covenant battle net. According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly, they believe that Halo is some kind of weapon. One with vast, unimaginable power. Cool. The Covenant kept saying that whoever controls Halo controls the fate of the universe. Ja, is richtig. I have intercepted a number of messages about a Covenant search team, scouting for a control room. I thought they were looking for the bridge of a cruiser that I damaged during the battle above the ring. But they must be looking for Halos control room. Cool. That's bad news. If Halo is a weapon and the Covenant gained control of it, they'll use it against us and wipe out the entire human race. Hm, nein. So arbeiten die Covenant nicht. I have a new mission for you. We need to beat the Covenant to Halos control room. Marines, let's move. Yes, sir. Okay, sir. Shut up and get behind me, sir. You have the point. Das ist natürlich auch ein schöner Name. We should head back to the shuttle bay and call for evac. Weißen Sie, spricht der Master Chief eigentlich im ersten Teil? Ah. Unsichtbarer. Nein. Without the Captain. Okay. Oh, das ist halt auf die Art und Weise. Ist zwar meiner Meinung nach gecheatet, indem man einfach in die Richtung eine Granate wirft, von der man weiß, dass da ein Gegner kommt, aber... Hey! Hier müsste eigentlich ein Gegner sein. So, meine Waschmaschine meldet sich auch gerade wieder zu Wort. So, weiter durch diese elendgleichen Gänge. Oh, was ist denn gerade? Oh, was ist denn gerade? Steht einfach in der Ecke, wie so ein Spanner. Penner. Ich verstehe zwar nicht, warum einer von da kommen konnte, aber... Na, wo ist Heechem? Weiß nicht, ob das denen was beibringt. Aber, äh, zu meinem Kommentar, äh, das ist nicht der, äh, Covens ihrer Art, äh, die Human Race auszulöschen. Die würden die Human Race auch in die Covenant mit aufnehmen. Also, die Covenant kämpfen so lange, äh, mit einem Volk, bis dieses Volk sich ergibt. Und, äh, dann nehmen sie es in die Reihen mit auf. Deswegen haben die Covenant auch so viele unterschiedliche Aliens. Ähm, hier sind überall schon Leichen. Achso, stimmt, wir gehen jetzt wieder zum Shuttle Bay zurück. Ja, das mache ich jetzt noch gerade zum Shuttle Bay. Und, äh, dann... Passt das. So, hier auch über Leichen. So, auch diesen Punkt merkt ihr euch bitte. Den nachdem ihr seht, werdet ihr wiedersehen. Okay, die Sequenz kenne ich nicht. Where you should not be. Tell your Chargers to cease their efforts immediately. Quarantine must not be violated. Construct, respond. Your Chargers must cease all aggression towards the Reclaimers and leave this installation at once. Construct, you're dangerously close to unleashing a force you cannot comprehend. Ähm, coole Sequenz. Nur die Sequenz, äh... This is most inappropriate. We are free. We follow the path. And I am part of the stone journey sworn that serves. I, we serve. They will find. And then I will be free. And then I will be free. Fine. Free. Free. Explain yourself. I know their path. And when they are gone, and when they are gone, only I shall remain. And then, free. This is quite unsatisfactory, Construct. Your core shows no hint of understanding the gravity of this situation. I will return later for your proper decommissioning. Well, unless the flood kills us all first. In which case the point will be moved. Good day, Construct. Echt cool gemacht. Aber wie gesagt, die Sequenz hat ein richtig großes Problem. Äh, mach ich hier gerade mal kurz Pause. Wir gehen gleich weiter. Denn, diese Sequenz erzählt von den Flood. Diese Sequenz erzählt, dass, äh, nicht dafür gesorgt werden darf, dass die Flood freikommt. So. Es wird sogar gezeigt, äh, dass die Covenant unterwegs sind, die Flood zu befreien. So. Ja. Damit gibt die gesamte Story des Spiels keinen Sinn mehr. Also da bin ich, äh, jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, aber ich drücke hier gerade noch. Achso, kriege ich dann hier nochmal die Sequenz. Ja, kriege ich hier nochmal. Gut. Also, äh, das gibt halt einfach ehrlich gesagt keinen Sinn. Diese Sequenz. Hä? Hä? So. Ähm. Gut, dann, äh, warten wir mal hier. Und ich gucke mir da die Sequenz dann nicht nochmal an. Also, ähm, wie gesagt, die, äh, Sequenz, so geil wie sie auch war, ähm, soweit ich weiß, war es quasi im Original nicht drin und das hatte seinen Grund. Weil sie erklärt einfach Dinge, äh, die noch nicht erklärt werden dürfen. Weil man hat gesehen, was die Floods sind, man hat gesehen, was die Floods machen. Und vor allem das Construct. Von der Art, wie es gesprochen hat, nehme ich an, dass es der Gravemind ist. Und somit ist halt endgültig bekannt, äh, um was es sich handelt bei der gesamten Halo-Reihe. Ja, ja, finde ich jetzt insgesamt eher so mittel, die Sequenz. So geil wie sie, wie gesagt, war. Aber das soll uns erstmal nicht interessieren. Das, äh, klärt sich vielleicht in anderen Sachen. Vielleicht haben sie dann noch ein paar Sachen dann, äh, andere Sachen abgeändert. Naja, schauen wir mal. Also, tschüss, macht's gut, bis denne! Tschüss, macht's gut, bis denne!